Ring, 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 Bananaphon, Bananaphon. Ring, 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 Bananaphon. Hallo, liebe Deutschlernende! Heute geht es um das schöne deutsche Wort Ohrwurm. Was ist ein Ohrwurm? Ein Wurm ist ein längliches Tier, ein kleines Tierchen, zum Beispiel ein Regenwurm, ein Wurm, ein längliches Tier und das ist mein Ohr, das ist ein Ohr und ein Ohrwurm, ist das ein Wurm im Ohr? Nein, ein Ohrwurm ist, wenn man ein Lied, wenn man einen Song nicht mehr aus seinem Kopf heraus bekommt. Okay? Ich habe ein Lied gehört und dann möchte ich etwas anderes machen und die ganze Zeit höre ich in meinem Kopf Ring, 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 Bananaphon, Bananaphon, die ganze Zeit, die ganze Zeit und ich denke mir, ach, ich möchte nicht mehr diesen Song hören. Das ist ein verrückter Song. Das ist ein sehr alberner Song. Das ist einfach nur albern, dieser Song und ich bekomme ihn nicht aus meinem Kopf heraus. Ich muss die ganze Zeit an diesen albernen Song denken. Ich muss die ganze Zeit an dieses alberne Lied denken. Albern heißt übrigens silly, auf Englisch silly, albern, albern. Das ist so ein alberner Song, das ist so ein albernes Lied und ich muss ständig an dieses Lied denken. Das ist so ein alberner Song ... Das ist ein Ohr Wurm ... Ein Ohr Wurm ist wie ein Wurm im Ohr und man bekommt ihn nicht raus. Man muss die ganze Zeit an dieses Lied denken. Und ich habe ein Lied gewählt, der für mich ... Also bei mir ist es so, dass ich bei diesem Song mehr als alle anderen Songs ein Ohrwurm bekomme. Ich bekomme bei diesem Lied immer ein Ohrwurm. Und vielleicht habe ich dir jetzt auch einen Ohrwurm gemacht. Du wirst etwas anderes machen wollen und dann denkst du an dieses Video und du denkst an dieses Lied. Ring, 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 Bananaphone, Bananaphone und es ist so ein albernes Lied. Es ist ein sehr albernes Lied, aber es produziert fast zu 100 Prozent einen Ohrwurm. Gut, jetzt hast du ein neues Wort gelernt, du hast ein neues deutsches Wort gelernt und du wirst fast sicher auch einen Ohrwurm bekommen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich freue mich über deine Spende AuthenticGermanLearning.com schrägstrich spenden oder schrägstrich donate. Vielen Dank und voraus und bis morgen. Tschüss! 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 Tschüss!